und das im grunde alles bereich kupfer und ich denke mal im bereich stahl werden wir das ähnlich machen können hallo und herzlich willkommen zur fünften folge unseres let's play evo space ja ich bin dabei versuche hier die stahlproduktion aufzubauen dafür brauchen wir auf jeden fall zehn mal dieses alles alles schon geregelt wir können es herstellen koksofen nein den wollte ich doch gar nicht den haben wir doch schon den hier den brauche ich dann haben wir für alle fälle ja war ja klar dass ich wieder kann ich hier nicht ja da brauche ich dann einiges an förderbändern und wie gesagt wir müssen das was ich vermutet hatte ok das brauchen wir das brauchen wir das brauchen wir das brauchen wir auch und Und das brauchen wir auch, und das brauchen wir auch. Das heißt, wir brauchen noch ein Rohr. Gut. So. Okay. Und. So. 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 so sehe ich das richtig dass ich kein kupfer mehr aber Okay. 0,5 das heißt ich brauche tatsächlich Kupfer. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Aber okay. So, hier haben wir auch noch mal Kupfer. So. 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 das können wir auch wieder reinschmeißen. so. 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 da ist noch mal ein klein wenig eisenherz. ist nicht viel, aber naja. so. so. was haben wir hier noch? sand limestone gravel und das da ja kann nichts mehr machen weil nichts abgeführt wird so einen von denen so okay so weiter im text gucken wir ja das wird ein bisschen kupfer angekommen und noch eins und wieder einer von denen von den förderbändern das führt da rein so Vielen Dank. Vielen Dank. Das nehmen wir mal kurz weg. Damit er ein bisschen weiter fördern kann. Und jawohl. Okay. 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 So, wenn wir noch eine haben, dann können wir noch eine herstellen. Okay. Okay. So, das heißt, wir brauchen noch vier Kupferbarn. Um das auch noch anschließen zu können. Einen haben wir. Noch einen. Das fehlt nur noch das eine. 30. 30,5 Koks haben wir. So, einen noch. Er will also das herstellen. Und sobald wir das haben. Da haben wir es. Können wir die da reinführen. Und das heißt, wir schmeißen hier hinten Kohle rein. Wir schmeißen hier Eisen rein. Die Kohle wird zu Koks. Dadurch entsteht das Abfallprodukt. Gut. Damit können wir wiederum hier den Schmelzer beheizen. Da entsteht Eisen. Und das Ganze fließt dann in die Stallproduktion. So, das heißt, wir brauchen ein Eisen, zwei Koks, um einen Stall herzustellen. Und wenn man sieppt, in gut einer Minute ist das fertig. Ohr Water fluid. Hm. Okay. also mit dem hammer können wir das können wir plätten machen und so weiter und so fort das ist der boiler den haben war baffert schießt wofür der genau das weiß ich noch nicht kopf war kiste kopf war kabel kabel ist ja was anderes als salzrohr maserator ohrwascher die pumpe die haben wir ja schon ein steam computer die pläulein keine ahnung was das ist mit konvoi junction ist was wo wir naja zwei von diesen förderbindern teilen können nicht teilen kreuzen können so und die cutting machine da können wir aus lox planken machen und zum beispiel aus platten können wir diese diese rotz machen holz sind stangen genau sondern das ist der hammer also wenn wir da könnte man auch wieder komplette dinger herstellen oder der dinger machen komplette produktionslinien machen man könnte im grunde das erz verfeinern dadurch kriegt man 1,5 mal so viel raus schmilzt es dann ein macht er diese barren draus aus den barren könnte man dann mit dieser cutting machine diese rotz machen und wiederum aus den rotz könnte man ringe machen immer ein bisschen was von von ab geben zur seite hin damit man mehrere produktionslinien dann hat also ich denke mal wir bauen zwar hier im augenblick schon mal ein bisschen was auf aber im endeffekt wenn wir das alles noch mal abreißen müssen um dann wirklich das effektiv zu machen haben denn wir haben dann platten die platten machen wir in dieser rotz aus den rotz kann man wiederum mit diesem dann ringe machen und das im grunde alles bereich kupfer und ich denke mal im bereich stahl werden wir das ähnlich machen können zumal wir dann auch hier mehr batterien herstellen können und die ganzen sachen aus stahl also dann aluminium schmelzen wäre dann im grunde das nächste ane kreuz metal lois lois es sind ja ist ja nicht aluminium sondern das legierung stil assembler der kann selber sachen herstellen übrigens haben wir in der zwischenzeit dreimal stahl hergestellt ja und damit sind wir am ende dieser folge schön dass ihr da wart mich würde es freuen wenn er beim nächsten mal wieder mit dabei sagt lasst einen daumen da im kommentar vergesst aber nicht bis dann tschüss da Vielen Dank.